In diesem Tutorial würde ich dir gerne 5 unterschiedliche Strategien verraten, mit denen du mehr Geld mit deinem Icon-Unternehmen verdienen kannst. Einige von euch hatten ja bereits schon meine älteren Videos gesehen zu diesem Thema. Ich denke, viele sind aber auch neu hier auf diesen Kanal gekommen und ihr wisst noch nicht, was ein Icon-Unternehmen ist. Einige von euch werden sicherlich schon mal vom T-Shirt-Unternehmen gehört haben. Ich persönlich bin auch ein großer Fan davon, Merch online zu verkaufen. Bloß das große Problem ist, wenn du über Online-Marktplätze verkaufst, dann dauert es erstmal relativ lange, bis du zu einem bestimmten Tier kommst oder einem bestimmten Punkt kommst, wo du halt gut tatsächlich Geld verdienst mit den Plattformen. Sei es zum Beispiel auf Merch bei Amazon oder Spreadshirt oder welche Plattform auch immer. Und vor allen Dingen, es kann sehr kostspielig sein, solche T-Shirt-Designs sich erstellen zu lassen. Man muss sich viele, viele unterschiedliche Ideen überlegen und vor allen Dingen muss man immer wieder kreativ sein, neue Nischen sich aussuchen und so weiter und so fort. Und diese Nische grundsätzlich, Merch- bzw. T-Shirt-Plattformen, die werden halt immer weniger profitabel, obwohl jetzt natürlich bei einigen Plattformen neue Merch-Produkte dazugekommen sind, ist es dennoch halt ein Business, das ich persönlich glaube, auf dem absteigenden Ast ist. Und ich möchte euch nicht unbedingt verbieten oder sagen, ihr sollt kein Merch-Business aufbauen. Ich glaube, es gibt aber eine bessere Option und diese Option ist ein Icon-Business. Viele von euch hatten sich auch schon in meinen Icon-Design-Unternehmen-Meisterkurs eingeschrieben. Einen Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung und nein, der Kurs kostet nicht 199, ich gebe euch in der Videobeschreibung einen großen Discount, nämlich ihr kriegt dort den Kurs für gerade mal 9,99€. Das heißt, diesen gesamten dreieinhalb Stunden langen Kurs ohne irgendwelche anderen Werbung da drin oder Upsells oder was auch immer, 9,99€ für den gesamten Kurs, dreieinhalb Stunden Inhalt und in diesem Kurs zeige ich euch Schritt für Schritt, wie man so ein Icon-Unternehmen aufbaut. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung, wenn ihr euch in den Kurs einschreiben möchtet. Aber gut, fangen wir doch einfach mal mit der ersten Strategie an und diese erste Strategie nennt sich nur Glyph-Icons. Viele von euch werden sicherlich sich überlegt haben, wenn ihr euch bereits in den Kurs eingeschrieben habt, nämlich welche Art von Icons sind am sinnvollsten. Sollte ich Glyph-Icons produzieren, sollte ich Outline-Icons produzieren, sollte ich 3D-Icons produzieren, sollte ich Cartoon-Icons produzieren und so weiter und so fort. Und die Antwort hier ist relativ simpel. Ich persönlich würde mich wirklich nur auf Glyph-Icons fokussieren. Warum? Weil nämlich vor allen Dingen, wenn man sich mal anschaut, auch in meinem Falle, woher meine Einnahmequellen oder woher mein Einkommen im Icon-Business kommt, ist es vor allen Dingen die Plattform The Noun Project. Und das bringt uns übrigens zur zweiten Strategie, nämlich die Plattform The Noun Project nimmt ja vor allen Dingen oder eigentlich nur Glyph-Icons an. Das heißt, du musst Glyph-Icons produzieren, um auf The Noun Project Geld verdienen zu können. Und da ich zum Beispiel auch einen Großteil von meinem Geld über The Noun Project verdiene, muss ich natürlich darauf achten, dass ich vor allen Dingen halt meinen Fokus darauf setze. Heißt, ich kann Icons produzieren, die halt Glyph-Icons sind, kann mit denen über The Noun Project Geld verdienen, kann aber gleichzeitig auch noch diese Icons über andere Plattformen verkaufen. Sei es nun zum Beispiel über die Plattform Icon Finder, da weiß ich auch, dass viele von euch wirklich gutes Geld dort verdienen. Oder zum Beispiel halt Iconscout, das ist auch nochmal so eine Plattform, du kannst natürlich deine Icons auf vielen, vielen weiteren Plattformen anbieten, aber du wirst, denke ich mal, sehr, sehr bald merken, dass ein Großteil von deinem Einkommen von The Noun Project kommen wird. Heißt also, Fokus in meinem Falle zum Beispiel auf The Noun Project und in deinem Falle kann ich dir genau dasselbe vorschlagen. Und das, wie gesagt, verbunden mit der Strategie, nur Glyph-Icons zu produzieren, kann, wie gesagt, ein sehr profitables Geschäft sein. Kommen wir dann zur dritten Strategie, nämlich nicht mehr als 100 Icons pro Nische. Das ist auch nochmal eine Sache, die ich euch sehr empfehlen kann, nämlich ich hatte jetzt einige Zuschriften bekommen von Leuten, die gesagt haben, du Leon, ich habe jetzt zum Beispiel schon 200 Icons zum Thema Sonnenschirmen gemacht oder ich habe schon 200 Icons oder 500 Icons zum Thema Business oder E-Commerce oder was auch immer gemacht. Das ist zwar nicht schlecht, also sagen wir so, ich finde es grundsätzlich nicht schlecht, viele Icons zu erstellen für Nischen, die groß sind. Bloß wenn du jetzt zum Beispiel sehr viele Icons produzierst für Nischen, die klein sind, um zum Beispiel halt diese Nische zu dominieren, dann kann das in manchen Fällen funktionieren, in meisten Fällen wird es aber eher so sein, dass du damit nicht besonders viel Geld machen wirst. Also wie gesagt, es kann in einigen Fällen funktionieren, in meisten Fällen wird es aber höchstwahrscheinlich so sein, dass du einfach viele, viele Icons produziert hast in einer Nische, die möglicherweise nicht besonders profitabel ist. Ich würde dir immer nur einen Tipp geben, pro Keyword nicht mehr als 100 Icons. Und ich glaube schon 100 Icons ist für ein Keyword schon sehr, 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 sehr viel. Aber gut, dann Strategie Nummer 4, nicht mehr als 3 US-Dollar pro Icon ausgeben. Das ist immer meine persönliche Faustregel, nämlich wir wollen natürlich auch möglichst schnell Profite generieren und ich denke, viele von euch haben bereits gemerkt, dass es halt ein bisschen dauern kann, bis man das Geld wieder raus hat. Zum Beispiel in meinem Fall ist es so, dass ich derzeit im Durchschnitt 7 Monate brauche, bis ich mit diesem einen Icon 3 Dollar verdient habe. Ich weiß, es hört sich jetzt erstmal sehr gering an, aber nicht vergessen, nach diesen 7 Monaten hast du halt komplett passives Einkommen, cleane Profite, wo du keine weitere Arbeit mehr reinstecken musst. Das Einzige, was passiert, ist, du hast halt deine Icons auf diesem Plattform drauf, die werden gedownloadet, beziehungsweise verkaufen sich. Und die Icons übrigens, die sich dann nicht verkaufen, da möchte ich euch nochmal eine Strategie mitgeben und das ist Strategie Nummer 5, nämlich, wenn eure Icons sich nicht verkaufen, zum Beispiel einige Icons werden sich sicherlich in eurem Portfolio nicht gut verkaufen, dann nehmt diese Icons offline und verkauft sie zum Beispiel an die Plattform Pixel Buddha. Pixel Buddha zahlt in meisten Fällen sowas wie 2 bis 3 Dollar pro Icon, in einigen Fällen zahlen sie weniger, in einigen Fällen zahlen sie mehr, bei Glyph Icons werden sie höchstwahrscheinlich relativ wenig bezahlen, aber so kannst du zumindest schon mal ein bisschen Geld wieder reinholen. Nehmen wir zum Beispiel an, du hast jetzt Icons online für 2 Jahre oder was auch immer und dieser eine Icon hat sich nie verkauft, dann könnte man natürlich überlegen, die Icons, die sich vielleicht am schlechtesten verkauft haben, an Pixel Buddha zu verkaufen, weil die, wie gesagt, Icons einkaufen und die kaufen so gut wie eigentlich alles ein. Schaut einfach mal im Internet nach Pixel Buddha, die haben ihre eigene Webseite und ein eigenes Formular, um Icons einzureichen und dort, wie gesagt, kannst du an jeder Zeit deine Icons hinschicken und diese geben dir dann ein Angebot für deine Icons. In den meisten Fällen wird es sich um irgendwas zwischen, sagen wir mal, 1 bis 4 Dollar handeln, die du hier pro Icon bekommst. Das waren also, wie gesagt, die 5 Strategien, um mit deinem Icon Business mehr Geld zu verdienen. Wenn du dich in den Kurs einschreiben möchtest, dann gehe gerne in die Videobeschreibung, dort befindet sich ein Link, dort kannst du den Kurs kaufen für 9,99 Euro. Danke für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können. Danke für deine Aufmerksamkeit und ich hoffe, dass wir uns bald in der Videobeschreibung haben.